Da darf der alte Hund auch mal wieder spielen gell? Wahnsinn! Das hat er wahrscheinlich schon lange nicht mehr durch, oder? Ja. Die hat auch schon früher mit einem kleinen französischen Bull da ganz toll gespielt. Und mit zweieinhalb Schlaganfällen. Aber ich bin oft unterwegs, schon morgens um halb sechs. Also ich laufe schon viel, sieht man ja auch an. Und abwechslungsreiche Ernährung und gewisse Hundekenntnisse habe ich auch. Ja klar, wenn sie das mit dem Hund kommen. Eigentlich war mein Hund immer gut erzogen. Wenn man trinkt aus einem Ding, ich wundervoll. Ist auch was, weiß ich. Wundervoll. Jetzt lässt sie sogar weg. Opsa. Ah ja, ab und zu stürzt sie, oder? Ja klar. Oh, jetzt aber bin ich dran. Ja, aber absolut okay. Wie gesagt, das darf sie auch sagen. Ich darf das auch sagen, dass sie jetzt dran ist. Ich würde auch, wenn sie die Hunde jetzt beieinander haben, und wenn sie irgendwie loben oder bestätigen und leckerlen, gehen sie immer zuerst an. Ah du, mhm. Immer zuerst. Das ist richtig, ja. Weil sie jetzt verdient. Jaha. Absolut. Ne, oder sie schon, die Chefin praktisch. Genau, und sie muss auch nicht, die Kleine muss auch nicht dazwischen kommen. Ja. Mhm. Opsa. Jetzt will ich sie mal oben. Schätzchen, bist du? Warte mal, jetzt kommen die anderen. Hm? Und du bist auch ein Wildfang. Und wie gesagt, wenn sie dann daheim sind, und die Kleine hört zwar nicht auf, obwohl sich Annabel auch hingelegt hat, oder? Dann trennen sie sie wieder. Mhm. Dass sie ihre Ruhe hat. Ne, ständig nicht. Also, das ist schon klar. Dass sie nicht ständig, also ich kann die auch locker trennen. Ja, ja, dann ist ja gut. Ja. Aber wenn sie sie nicht mühen trennen, machen sie es nicht. Mhm. Würde ich sagen. Im Moment pinkelt sie noch viel ins Haus. Also, ins Haus hat sie erst einmal gekannt oder so. Das ist gut, aber sie pinkelt noch viel. Und ich hab halt Holzböte und Teppiche. Mhm. Und ich hab's in der Küche, da hab ich auch zu viel. Obwohl ich hab sie auch schon mal, wenn sie halt, hab noch Schmutzfänger. Aber es gibt schon genug, also. Ja, 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 ja. Ähm. Aber da würd ich doch sagen, weil die Zusammenführung war erfolgreich, oder? Ja, natürlich. Also, das hätte ich nie geglaubt. Ja, ja. 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 Noel. Oh. Es gibt A crystal. Ja, ja. Ah. Ich habe spezielle Pflegemethode, die hat ein ganz lichtes Fell im Vergleich zu den Cocktails. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die kleine Zwitschke, die ich schon mal erzähle. Jetzt hat es aber gegendicht. Jetzt ist es langsam genug oder ich weiß es nicht, obwohl die ist auch, wir laufen oft, die ist auch trainiert. Ja, ja, ja. Nein, ich würde sagen, wir haben eine erfolgreiche Zusammenführung gemacht. Wahnsinn. Wir können jetzt auch aufhören. Jetzt nehmen wir den Hund wieder mit ins Auto und das war's, oder? Not. Ja, sieht die Waren und das sind soראischer. Sicherer ist wirklich der Fall.